Welch Freude hier ist denn nun, der neue Extra 3 Podcast. Heute Bahnchef Miedorn. Der Clanchef hat hinten mehr Haare als vorn. Der Clanchef hat seinen Job wohl verloren. Und das ist der Bahnchef Miedorn. Seine Leute kümmern sich liebevoll um Beschwerdebriefe, grübeln ganz doll über neue Strategien nach und stellen die Weichen für den Börsengang. Ups. Für so eine Privatisierung erstmal schön schlau machen, wie man die Bilanzen richtig aufpoliert. Bahnhöfe mit blöden Namen wie Klütz oder Tiefensee werden dicht gemacht. Sagt der Chef von Bahnchef Miedorn. Wieso? Tiefensee ist doch gar nicht so schlecht. Na gut, sagt die Bahn. Dann machen wir eben 500 andere Bahnhöfe dicht und sorgen für mehr persönliche Nähe in unseren Zügen. Mit Nachdruck. Gegen den Aufpreis gibt es spannendes Outdoor-Bahnfahren. Und alte Gleise werden noch älter. Naja, und der Bahnhof Tiefensee wird trotzdem dicht gemacht. Sagt der Chef vom Bahnchef, äh, na gut. Kann der Bahnchef Miedorn fette Gewinne verkünden. Und schwupps, fertig ist der tiptop börsentaugliche Bahnkonzern. Ist ja super. Freuen sich auch die Investoren. Aber Moment. Hinter der Fassade ist die Deutsche Bahn nur ne olle Mogelpackung. Denn mit diesen Altlasten... Pensionäre! ...wird es richtig teuer. Damit wollen die Investoren nix zu tun haben. Sagt die Bahn, kein Problem, legen wir noch ein super duper schickes Investorengeschenk drauf. Schnell unrentable Strecken dicht gemacht. Beispiel Pasewalk-Strahlsund, Teutreichenden, Badbett am Rheine, Neustädich-Rostock. Gibt's jetzt nur noch die Strecke Hamburg-Berlin. Toll! Jetzt kann ich gar keinen Anschlusszug mehr verpassen. Und wer woanders hinbahnfahren will, mh, der macht Fitness auf Rädern. Freuen sich die Investoren und lassen Bahnchef Miedorn hochleben. Ups. Und nächste Woche, erste Bahnstrecke privatisiert. Neuer Besitzer, Heidepark-Soltau. Yes, aus! Yes! Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. Mehr Satire gibt's natürlich immer um 23 Uhr. Donnerstags im NDR Fernsehen extra 3. Und tschüss.